Aufschlag Bernd Meier gegen Wehr-Senior Zander. In Sätzen 1 zu 1 bei der Roter Tischtennis Stadtmeisterschaft der ersten ihrer Art. 18. November 2018. 19. November 2018. 19. November 2018. 20. November 2018. 19. November 2018. Ja, nicht nur, dass ich von meinem Stativplatz verträgt wurde, mit Recht natürlich, klar, da wird die jetzt gespielt, aber der Akku zeigt auch schon an, dass er platt macht. Also, viel werden wir nicht mehr sehen von dem Spielchen hier, aber was geht, nehmen wir noch mit. Beide 6 müsste es stehen und 1-1 in Sätzen, also sehr ausgeglichen. Vielen Dank.